Mit dieser wunderschönen Musik begrüße ich euch zu einer brandneuen Episode GTA Online und da wir schon den Titan ausgepackt haben und das Flugzeug haben wollen wir Ich bin jetzt gleich da, ne? Ja, du sollst ja, du kannst gerne nochmal rund hier fliegen Da oben seht ihr den Curry und wir haben eine coole Idee Der Curry zeigt das gerade Er fliegt übers Parkhaus und wir sehen hier die Rampe und wir wollen mit unserem Superwagen mit dem Tobi gehört, der auch am Steuer sitzt Hi Tobi Na gut, und dir? Kann ich dir mal im Ohrläbchen knabbern? Nein Wollen wir die Rampe da hinten hochspringen und dann muss der Curry uns mit dem Titan wegrotoren Das ist so der Plan und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert Der Curry nimmt jetzt einen Anflug und sagt uns Bescheid, wenn wir Gas geben müssen Es kann sein, dass wir es mehrmals versuchen müssen weil es muss vom Timing her perfekt sein Könnte interessant werden Ihr wollt in den Propeller fliegen, oder was? Puppella Puppella Ja Oh, hier Tobi Oh, ich werde auf ein besseres Lied Yeah Warte, warte, warte Yeah Petcock Boys Say what, bitch Okay Curry, sag uns das Startsignal Das ist doch das Startsignal Los Kartoffeldollad Kartoffeldollad Okay Kartoffeldollad Tobi Ich glaube, du bist so weit, oder? Es könnte klappen, es könnte klappen Ah, Alter Ah, du musst ein bisschen höher, okay Tobi Oh, ich habe immer Angst, dass das Auto explodiert Aber mit dem Timing geht so Ja, so eine Sekunde früher Später wäre perfekt gewesen nicht früher Bubiii Nice So high Schätze euch dabei möglichst an dieselbe Position wie gerade An dieselbe Stelle Welle? Bester Welle Sie müssen jetzt alle auf Twitter Hashtag Kartoffelsalat schreiben. Den Hintergrund erklären wir dann in der nächsten Folge. Also eine Sekunde später, ne? Wenn Kartoffelsalat in den Top Ten der Twitter-Charts kommt, verraten wir euch, was wir damit meinen. Boah, das ist jetzt voll die... Kartoffelsalat. Stopp, warte mal. Voll die Aktion. Okay, Tobi. Ein bisschen höher, Curry, ne? Ein bisschen... Oh! Alter, die Foot! Ein bisschen höher, Curry! Ein bisschen... Curry! Waaah! Alter, geil! Boah! Boah! Sehr schön. Fliegst du noch? Ist dein... Ex ist denn nicht... Die sind doch alle gut. Alle Propeller sind noch da. Boah, nochmal. Ich übergebe ihnen das Steuer. Okay. Geil. Warte, Tobi. Boah, läuft doch heute. Wir machen das gleich auch mal andersrum, dass der Tobi und nicht den Titan fliegen und der Curry fährt. Na, Tobi, der Wagen sieht auf jeden Fall spitze aus. Toll, ne? Hammer. Warte mal, wo standest du denn? Ja, zwischen den beiden Dingern hier durch. Was? Tischen, hat der gesagt. Latino-Päppel. So. Ähm. Mein Gott, dein Kaffee ist leer. Oh nein! Ich versuche euch mal mit dem Flügel wegzuschlagen. Geil. So, warte, warte. Kartoffelsalat. Wie demotiviert der das? Oh nein, es regnet. Bei mir gar nicht. Komm, mach ich den. Boah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Warte mal, Tobi, hast du auch die Kinoansicht? Nee, nee, die hast nur du jetzt in dem Moment. Ah. Oh, ich habe Monsters dann abgeschlossen. Das ist den, den ich immer abschließen wollte. Mama, hast du erst gesehen? Emma, hast du gesehen? Ich möchte noch ganz kurz mit einem Gerücht aufhören. Pandoria ist nicht meine Freundin. Das wollte ich nur gesagt haben, weil das ist sehr, ah, jetzt reden wir es bei mir auch. Das ist sehr eklart, wenn man den weiß, dass ich eigentlich mit der verwandt bin. Aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Das kannst du so oft sagen, wie du willst, es wird immer Leute kriegen. Und der Tobi ist mit Pandoria auch nicht zusammen. So. Nee. Nee. So, das muss man ganz kurz klarstellen. Bin mit Benni zusammen. Mit Benni? Ja. Ja, gut, auf der Sonnenbrille siehst du eben mal jeden Spritzer dann, ne? Oh Gott. Wirst du von Sascha aber auch kennen, oder? Oh. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Bloß, dass der Sascha das dann auch wirklich sieht. Benni ja nicht, weil es eine dunkle Brille ist. Lass es. Ja. Alter. Scheiße. Mann. Oh, Curry, was ist nicht drauf? Nee, Curry ist voll der Nub. Oh, ich habe den Monsters dann abgeschlossen, Tobi. Ach, auch schon wieder, ja? Na, geil, ne? Ja, und, äh, wir können euch das Capture-Update leider noch nicht zeigen, da wir noch ein paar Folgen hier... Das bezahlst du, ne? Ja, weiß der Tobi. Einmal anfassen, dann geht das alles gut, ne? Dieter Thomas Heck, kennst du ihn? Ja. Weil der sieht ohne Heck viel geiler aus, das Auto. Ja, ne? Trimmt, ey. Übrigens kann ich euch nur strengstens empfehlen, geht euch mal nicht vor Speed angucken, wenn ihr Freunde von Autos seid. Also wenn ihr euch für Autos interessiert, ein sehr geiler Film. Und A Long Way Down, unbedingt Aaron Paul unterstützen, der Mann hat es verschieben. Ne, Tobi? Muss man immer gesagt haben. Ja, ja, und der... Okay, Kartoffelsalat, ne? Weiß Bescheid. Nächste Mal mit voller Pulle. Ja, warte. Ja. Gönn dir. Nein, Mario 99937, ich möchte kein GT-O-N-Hein. Kartoffelsalat! Helge Schneider. Immer lieber die Möhrchen. Oh, oh. Bitter, bitte. Oh, 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 oh. Alter. Oh, wir drehen uns immer noch. Läuft. Aber haben wir gepackt? Schön. Ja, mehrmals. Das holen der Tobi und ich den Zitan und du nimmst dir den Wagen. Den besser nicht. Sag mal her. Denn jetzt was... Krass aus! Wunderschön, das Auto. Wo ist der Curry denn? Toll. Ist geil. Warum haben wir Polizei? Nicht schießen, ah, Curry. Was sehen? Ich hab gar nichts getan. Nee, das ist die Polizei, die schießt. Ach so. Doch, nie wusste ich von uns wohl. So, warte mal, passt das Auto. Oh, ist schon weg, die Polizei. Was ist mir das? So schnell, hä? Warum ist die Kop... Äh, warum sind die Kopse auch immer so schnell weg? Wo habt ihr euch denn jetzt... Wo habt ihr euch denn hingestellt gerade? Äh, das sollt man ihm vielleicht zeigen, ja. Vielleicht lassen wir ihm das Auto am besten da. Oh, wie geil das aussieht, wenn ihr mit der Karre Gas gibst und mit dem Regen hinten. Na geil. Oh, dieses Spiel, ey, für die Xbox One oder für die PS4. Der Last of Us kommt ja jetzt für PS4. Ja, ich freu mich wie ein Hühnerfuß. Hier. So, guck, du musst dich mit der Karre hier so hinstellen. Mit eurem Auto. So, und dann musst du durch diese beiden Dinger da durch. So, dann geben wir uns mal deinen Wagen. Curry. War so klar. Das war die Rache aus der letzten Folge. Nein! Oh, leckt mich, Dennis. Deine Mutter ist so eine nette Frau. Ja, sag es. Ja, die sitzt unter dem Schreibtisch. Jetzt müssen sie vorsichtig sein. Was haben wir so lachen? Ja, wie gesagt, wir verraten in der nächsten Folge, was wir damit meinen. Voll der Cliffhanger jetzt, so weißt du. Ist das eklig. Aber nur, wenn es unter die Top 10 geht. Und das müsst ihr an unsere PIN-Wand posten. Auf Facebook. Und bitte keine Schöpfung-Montage. Nee, bitte an meine PIN-Wand, ich bitte nichts posten. Ja, meine auch nicht. Nur beim Curry. Gecksy, Gecksy. Der Fallter. Der Fallter, ja. Er müsste natürlich nicht auf Twitter posten. Okay. Nein, wir warten es trotzdem in der nächsten Folge. Ein bisschen die Spannung abzubauen. Wahnsinn, das wollen die Leute wissen. Ich glaube, das wollen die meisten perverse wirklich wissen. Ja. Also du, Dustin wartet schon wie ein Verrückter. Schön, grüßt an den Dustin, der weiß ja, ich mach nur mal Spaß. Tobi, rechts, rechts, komm! Tobi, rechts! Was denn? Ach so. Man kann ja mal hoffen, so ein bisschen im Leben. Nee, der Dustin und ich, wir sind auch eigentlich ziemlich gute Freunde, der weiß, dass alles nur Spaß ist. Genau wie der PayZ. Ziemlich gute Freunde. Ziemlich beste Freunde. Ja, ich bin der auf jeden Fall nicht der im Rollstuhl sitzt. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn der im Rolli? Wie du den? Ich bin leicht blutig. Ich in der Regel auch, haha. Super geil, Tobi, ist gut. Wir starten Sie Engines! Wie hieß nochmal der von A-Team, der mal geflogen ist? War das nicht? Keine Ahnung. Wie hieß denn der nochmal? BA, Hannibal, warte mal, wie hießen die anderen denn nochmal? Murdoch! War das Murdoch? Ja, Murdoch! Der ist nochmal geflogen. Tobi, du kennst keinen A-Team nie geguckt. Ich hab das schon verdrängt. Bei uns ist das Problem jetzt, Curry, wir haben Nebel. Und ich weiß nicht, aus welcher Richtung du gekommen bist. Warte mal. Heul doch, heul doch. Hier ist ja... Da unten müsste das sein. Auf der anderen Seite nur. Ich bin ganz links am letzten Hangar vorbei geflogen. Ganz links. Dennis, da kommt ein Haus, ne? Wo denn, Tobi? Dennis? Wo denn, Tobi? Da, wo du jetzt gleich gegen fliegst? Boah! Boah! Nein, Dennis! Alter! Ich hätte den nicht schliegen lassen sollen, das war ein Fehler. Ihr seid doch echt. Ich hab mir so gedacht, okay, bei dem Haus kannst du Tobi ein bisschen chocken, aber... Ja. Ja, Curry, Moment. Ne? Ja, ja, ich hab Zeit. Tobi, wir sehen uns am Flughafen. Hm. Also, ich warte, dann mal hier. Nimm's eigentlich auch auf, Curry? Nein. Nein? Aber dann geht's ja. Nein. Colin, hast du noch gesagt, nimm's auf? Oh, ich auch. Ja, die verarscht, Tobi. Weil du gesagt hast, ich muss. Ja, du musst auch. Hä? Du musst auch auf Toilette. Ich muss schon die ganze Zeit auf Toilette. Ah, 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 ah. Tell me more. Tell me more, tell me more. So, weh, du machst jetzt wieder was falsch. Der Tobi fliegt. Ja. Pass auf, Tobi. Das kann doch gut gehen. Der schleimt. Natürlich. Willkommen bei GTA-Zoo. Was? Bist du eigentlich gut zu vögeln? Ja. Dennis, bitte. Ja, Tobi, ich weiß, manchmal, ne? Oh, mein Name ist Jeff. Hälte! Boah! Bist du tot? Ne, zum Glück nicht. Sorry, Tobi, irgendwie war man mit nem Lenkrad. Ich hatte so ne Stange zwischen... Alter! Warte mal, ich lenke grad. Spiele nicht mehr. So, Tobi, starte die Maschine. Wie war das mit, wir spielen nicht mit, Sarah? Ich kann das auch. Okay. Ich bin mal spannend. Wir können ja gleich mal den ersten Versuch wagen. Curry! Alles bereit! Ich bin bereit. Welcher, welcher das war? Bisschen weiter links, ne? Hm, ja. Links vom Tower. Ja, ja. Jetzt, Tobi, jetzt! Fahr mal los. Ja, ich glaube, es ist zu spät, Tobi. Ich glaube, es ist zu spät, Tobi. Ach, ihr seid viel zu... Abwohl? Ne, m-m. Alter! Das war richtig knapp. Schade. Das war richtig knapp. Aber ich bin schon lange nicht mehr so'n Ding geflogen hier. Wir waren doch so lustig. Wir waren doch so lustig. Wir waren unglaublich. Weißt du? Unreifes Kind. Wir würden nur zwei Ding... Wir, dass die ganze Zeit einfach durchziehen. Ne. Bitte was? Was ziehen wir durch? Sag mal, Kevin. Was ziehen wir durch? Hör auf! Hä? Was ziehen wir durch? Ist egal, ist egal. Ne, sag! Was zieht ihr denn? Was ziehen wir denn durch? Oh, ich bin falsch geflogen, scheiße. Ich hab nichts gesagt. Ich wäre mich gleich stumm. Ich glaube, das wird nichts. Ne, ich muss noch mal neu anfliegen. Wo bist du denn gedreht immer? Sag mal. Jetzt! Nach links, Tobi. Links, äh, beim letzten, am linken, letzten Hangar. Hangar? Hangar? Hangar Games? Oh, jetzt ein Döner, ne? Oh, ja, jetzt ein Döner. Boah. Ah, nein! Bitte nicht. Alter. Kartoffeln, Alter. Pantoffeln. Iiiiih. Erklär doch mal, Curry, was wir mit Kartoffelsalat immer meinen. Glückchen. Also, was du meinst. Was? Stückchen? Mit Rot. Alter. Der Junge, ne? Ich bin schon wieder falsch geflogen, geil. Tobi, jetzt nach links. Nach links? Was macht ihr denn da? Ja, Dennis, jetzt fliegt doch mal richtig. Der Sascha, der Sascha würde jetzt auf jeden Fall nach rechts fliegen? Ich muss erst mal gucken, wo dieses scheiß Gebäude immer ist, dass ich da richtig dran fliege. Ich hab den Taros ja gesagt, der soll sich einen E-Spot kaufen, aber der Dreck sagt, macht das nicht. Der spielt FIFA auf PC. Yeah. Nächste. So. Okay. Weiter, weiter, weiter. Tobi, weiter nach links. Äh, rechts jetzt. Rechts, 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 rechts. Tiefer. Ach da, ich seh das Haus. Okay. Wie er bei tiefer wieder... Das ist unglaublich, der Junge. Jetzt nach links. Ja. Okay, Curry, los. Was? Ich glaub, ihr habt viel zu spät gesagt. Ach wohl? Nee, 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 das passt, das passt. Nee, passt, passt. Con Air! Oh. Alter, was... Kevin, was war das denn? Also bitte. Hey, weißt du, Alter, wie er es nicht kann, der Junge. Also Kevin, das ist... Nein. Ich hab ne Frau... Ich hab ne Frau angefahren. So kennt man ihn auch, weißt du? Da, wo er herkommt, ne? Da ist der Brüchig dafür. Sitzt am Steuer immer so ne Wurst, Alter. Das ist mein Karton-Ghetto. Hat der mit seinem Karton immer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kartoffelsalat? Was ist los mit dem? Warte mal, guck mal, ob er lacht, wenn ich Bernd das Brot sage. Curry. So heißt mein Papa. Curry. Curry. Das ist kein Scherz. Curry. Das ist kein Scherz. Wie, dein Vater ist Brot? Nein, mein Vater heißt Bernd. Ach so. Wie heißt seine Mutter? Ist das gar nicht so weit entfernt, wa? Meine Mutter heißt Sandra. Sandra und Bernd. Wollen die sich denn kennengelernt im Zwinger-Club, oder was? In der Sesamstraße. Jetzt, Curry, jetzt! Das war ein bisschen früh, glaube ich. Pah, 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 pah. Das war ein bisschen früh. Wo ist der denn wieder? Alter, was machst du denn? Der liegt da unten, was macht der denn? Ich bin gegen das Auto gefahren. Oh mein Gott. Das hab ja nicht mal ich hingekriegt, Mann. Okay. Ui. Okay, jetzt, jetzt, ist gut. Jetzt passt es. Ah. Ach Kevin. Ihr müsst damit aufhören, Leute. Womit denn? Ja, ist gut. Ist egal. Da bist du zugekifft, oder was? Was ist los? Also nach seiner Facecam-Folge, glaube ich, dass der das Zeug öfter nimmt. Ja. Und der Mund ist auch sehr weit offen. Riesig. Er weiß, was er davor und danach gemacht hat. Ich glaube, der Kevin snieft immer Pinienkerne. Oh, die Droge, ey. Moment, ich hau mal in den Pipas rein. Ja, oder er schnüffelt Uhu, oder sowas. Heule. So, Kevin. Warte, warte. Jetzt! Okay, 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 okay. Der schafft eine Zuweisung, Tobi. Ja, ich glaube auch nicht. Jetzt! Komm, 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 komm! Komm, wir jetzt! Tobi! Ja! Das war aber viel zu früh, dass ihr gesagt habt. Nochmal, 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 nochmal. Ich hab dich ja genagelt. Das Auto... Das Auto... Das Auto sieht aus wie eine Nuss. Was? Hm? Ich weiß auch nicht, was der... Ich weiß auch nicht, was der... Irgendwas... Ich weiß es nicht. War was in dem... In dem Schweinedarm was Falsches drin oder was, Alter? War... Schweinedarm? Ist es nicht bei der Currywurst so, dass diese Haut davon... Ach so, ja, das ist ein künstlicher Darm, ja, meistens. Künstlicher Darm? Es gibt künstliche, es gibt aber auch Naturdarm. In die Schweine, die immer eingebaut oder was? Ja. Warum lacht der Junge die ganze Zeit so behindert? Ist alles in Ordnung mit dem? Was hörst du denn? Ich lach doch gar nicht. Ne, hörst du die ganze Zeit. Ja, ich hab Schluck auf. Ich hab Schluck auf, Junge. Wala. Warte, ich hol Bernd. Sieht das eine Akemula. Was? Da kennt sich jemand aus, ja. So, macht's bereit. Drei... Dwei... Eins, go! Kartoffelsalat! Bubi! Juhu! Juhu! Ich wär fast auf dem Flügel geblieben. Oh, ich bin auf dem Dach gelandet. Gefahren. Ach, scheiße. Wieder runtergefallen, leider. Noch einmal, komm. Wenn ihr sich freut, ne? Waaah, waaah, waaah. Waaah, waaah, waaah. Waaah, waaah. Dann landet ja Tobi die Kiste, wir laden den Curry ein und ähm, fliegen dann wohin. Irgendwohin. Waaah, wir sind so heim, zwei, 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 drei, drei, drei. Waaah, ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Du musst aber sagen, in GTA V sieht das Wasser sehr sehr schön aus. Finde ich jetzt aber ehrlich. Habe ich immer auch Bock auf Urlaub irgendwie. Ja. Die Grafik ist ja allgemein noch nicht schlecht, wenn es sich so ruckeln würde. Ja. Und wenn die Kantenglättung da wäre, ne? Ja. Dann wär doch pralle wie ihr Mann. Aber laut Technik kommt ja im Juli die Xbox One-Version. Na jetzt, Curry. Schwachsinn. Warum fliegt dein Hubschrauber rechts? Das kann. Fahrmann, 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 Fahrmann. Das war früh, Dennis. Faaaaaaaaaaaaaannn. Oh. Deine Pellfuß. Okay, ich lande mal. Aua. Wir kommen zum Airport. Airport. Woher sie? Ich möchte mein Auto ohne Kratzer wieder haben, ja? Tobi, wir versuchen mal die Karre hinten reinzuladen. Tobi, mach mal das Fahrwerk raus. Na, da klappt eh nicht. Wie macht man das Fahrwerk dann raus? Also hinten das Ding. Die Klappe kann man gar nicht aufmachen hinten, ne? Da muss ich gegen hauen. Na, ist geil. Gegen klatschen. Ja. Klar. So weit klatschen. Hier kommt. Ja. Meine Damen und Herren, wir beginnen mit dem Landanflug auf Los Angeles. International Airport. Unser Pilot hat heute nur zwei Penis im Arsch gehabt, deswegen landen wir heute ein wenig steiler. Will heute als Nahrungsmittel an Bord, Kartoffelsalat mit ein wenig Eiersalat. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt on air. Tobi kann aber gut landen. Flugzeug. Flugzeug. Puh. Alter. Komm Kevin, hinten rein. Also in das Flugzeug. Was? Okay, ich nehm Anlauf. Wenn die Klappe nicht offen ist, habt ihr Pech. Ja, du musst sie aufmachen. Bleib doch mal stehen, du Idiot. Und hau mal dagegen. Du mein Idiot, ey. Was ist los mit dir? Ich meine ich auch gar nicht. Ich meine die Wurst. Ja, ist okay, ey. Man, Tobias! Sprichst auch nicht mehr mit jedem, wa? Guck mal, wer dagegen haut und die Klappe nicht aufkriegt. Guck mal. Richtiger Typ, ey. Dennis, willst du mich verarschen? Was? Ich steuere das Flugzeug gar nicht auf. Ich steuere das Flugzeug, du Idiot. Ja, bleib mal stehen. Okay. Der Curry-Feeder-Tonner-Watt oder Sommer bis 2005? Nicht schießen, Curry. Nicht schießen, ey. Wir müssen das jetzt hier machen. Ich muss da einmal gegen schießen. Hm? Das war ein zweimal. Aber warum schießt du gegen die Tupine? Tupine, Alter. Tupine. Tupine. Tobi-Biene. Fahr mit dem Auto. Guck mal, wie es sich selber haut, Alter. Bleib doch steht. Alter. Irgendwas steht mit dem Flugzeug nicht, Tobi, ne? Nee, irgendwie nicht. Wie jetzt bei mir? Curry, nimm mal das Auto und fahr mal mit dem Auto gegen. Fahr da mit dem Auto gegen. Kannst du auf? Nein. Doch, warte, jetzt gleich. Hä? Du Scheiß-Drecks-Klappe. Dass man das so dumm auch machen muss, dass man sich einfach mit dem Titan aufmachen kann. Fahr noch Scheiß mit dem Scheiß-Auto dagegen. Wenn ich jetzt dagegen fahre, ne, und das Flugzeug explodiert. Dann, ne, dann, ne? Ja. Langsam, Alter. Langsam. Nicht mit 250. Fahr erstmal langsam. Langsam. Langsam! Toll, Dennis. Super Idee. Hey. Was? Warum geht das denn nicht auf? Haben die es rausgepatcht? Du Scheiß-Drecks-Klappe. Wie das Flugzeug sich verformt? Ja, sieht voll krass aus mittlerweile. Ja, komm, steig mal ein so, Alter. Ich krieg die Klappe auf. Wer jetzt das Letzte ist, was ich tue. Alter. Komm, steig ein, Curry. Nicht schießen. Steig ein. Genau das wollte ich, dass der Tobi das macht. Ja, Leute, das war eine neue Folge GTA Online. Wir haben eine tolle Challenge gehabt. Wir haben natürlich wieder, können Kommentare schreiben, was wir denn tun sollen. Und in der nächsten Folge, also nochmal mit einem Love Parade-Witz, ne? Tut mir leid und so. Warte, 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 warte. Tobi startet hier, der Marzene regt die Style in der Luft. Ach, man kann gar nicht nach hinten fliegen, geht gar nicht. Schade. Ähm, ja, also, ne? Bis zur nächsten Folge von GTA Online, Leute. Haut rein, hat nen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Also, ne? Ich geh jetzt baden, iiiiii. Aber guck mal, weißt du, was gut ist? Ne. Wir sind direkt am Flughafen abgestützt. Das heißt, wir können, also unsere Blackbox wird man finden. Warte. Ich bleibe einfach. Guck mal wie geil das hier unten aussieht. Schön, ich sterbe gerade. Dennis, ich sterbe. Tobi, ich wollte dir sagen, ich habe immer Gefühle für dich gehabt. Oh, ich lebe noch. Danke Leute und bis nach dieser Folge. Tschüss. Mach's doch voll klar, so war es ein richtiger Woller-Haki-Muller. Bye-bye. Richtiger Penis. Ich hatte einen Moment an das.